Wie auch vor zwei Jahren segeln wir heuer wieder mit der Yves Mary, eine 15 Meter lange Bavaria. Es gibt so einen Schiffen, der macht einen Langzeit für dich. Wir verbringen heute den ganzen Tag bei den Körka Wasserfällen. Ein Naturschauspiel, das man nicht versäumen darf. Der Kompass zeigt uns eine Richtung an, in die wir eigentlich nicht so schnell wollten. Musik 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 Dieses Mal lassen wir Rowini Steuerbord liegen und segeln direkt nach Versailles. Musik 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 Musik